Also, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, heute spielen wir eine weitere Runde Minekraft und zwar mit Luke Und zwar ist es diesmal nicht das neue Projekt MDRL, sondern auf meinen eigenen Privatserver Mit Bogen? Mit Bogen, ja Ok, dann auf die... bist du voll? Warte, können wir mal woanders hingehen, bevor bei mir leckt es nämlich immer in der Nähe meines Hauses Ja, liegt wahrscheinlich in den Fackeln, ne? Naja, vielleicht, das kann sein... So, ok Aufroll Auf die Plätze Verschlugung Warte mal kurz Wer ist denn Schütschütschü aufhut? Kann man eigentlich reden, ey Geht dein Schild nicht kaputt? Äh, irgendwann geht's schon kaputt, nur bis dahin hab ich ja noch Zeit Haha, du wirst einfach angeschossen Na jetzt warte mal kurz schaden Geht dein Schild kaputt? Geht jetzt mal dein Schild kaputt? Ey, das hält schon ein bisschen, hat jetzt schon die Hälfte, aber ist noch ok Alter, oder wie lange willst du das jetzt machen? Alter, oder wie lange willst du das jetzt machen? Ist dein Schild kaputt ist? Ja, die Schild kaputt ist ja nicht kaputt, kann ich jetzt nicht kaputt Anfänger Ja, das ist ja nicht kaputt Weiß ich grad nicht. Ich glaub eine F4. Ah ja. Wollen wir uns mal austrupieren? Also jetzt geht das weiterhin still kaputt. Ach scheiße, das ist aber nicht. Geht das weiterhin still kaputt? Warte, ich will erst mal sehen, wieviel Haltbarkeit ich noch habe. Ihr musst kurz D drücken, also Inventar. Nein, alt. Nein! Wo ist denn alt? Ich hab's für F. Ach ihr alt, F4. Bist du jetzt mal fertig? Hab ich eigentlich noch ein Schild? Das ist jetzt die nächste Frage. Geht jetzt mal dein Schild kaputt? Wie lange ist eigentlich... Was geht eigentlich früher kaputt? Das Schild oder dein Bogen? Das Schild. Wieviel Haltbarkeit hast du noch? Vier. Schade. Junge, deine Haltbarkeit soll erstmal kaputt. Dein Schild soll erstmal... Mann, scheiße. Ah, ich wollte springen. Es leckt! Ah! Mann, das sind Vorteile! Du, dein Schild soll jetzt mal kaputt gehen. Was ist das? Es leckt einfach dermaßen. Hier ist mal dein Schild kaputt. Au! Ja, ich kann nicht die schlagen. Die Penner, du bist in Game Mode. Du Penner, du bist in Game Mode. Du Penner, bist einfach in Game Mode. Was soll der Scheiß? Ne, da spiel ich nicht gegen dich. Sorry. Bist du in Game Mode? Ach du Bastard. Nein, komm. Kann ich nicht mehr schlagen. Na, jetzt. So, jetzt nochmal. Aber können wir bitte weiter weg gehen? Was ist das denn eigentlich dein Schild? Was ist das denn in Game Mode? Ja, ja. Hey komm, das Schild hätte nie so lange gehalten. Das habe ich mich halt auch gefragt. Das hätte doch nicht so lange. Weil vor allen Dingen, dass der Bogen, gell, der ist ja schon ein krasser Bogen, gell. Und der hätte einfach niemals gehalten. Wo gehst du jetzt hin? Weg. Penner. Du hast mir keine Chance gegeben, mal ordentlich irgendwo hinzugehen. Weil vor allen Dingen, es leckt und es geht gar nicht. Ich kann keinen ordentlichen Schlag geben. Wie viele Enderperlen hast du dabei? Mehr als du, glaube ich. Ja, ich euch auch. Bist du? Ah, fuck! Oh. Bei mir leckt es aber auch. Oh, es leckt einfach nur der Mann. Meine Maus leckt übel. Wenn ich weg. Das ist halt PvP. Hitler ist auch nicht gerade gleich im Krieg gerannt. Er ist auch vorher erst mal ein paar Mal weggerannt. Bis er die besseren Waffen hatte und einen guten Computer und dann ist er draufgerannt. Wer? Hitler. Was? Der brauchte auch erst mal einen besseren Computer, dass er erst mal PvP konnte. Mein Shield aktiviert sich gar nicht, hä? Weil du musst verstehen, Hitler konnte ja auch nicht mit nem Scheiß... Du musst verstehen, Hitler ist mein Vater. Weil du musst verstehen... Du Ralf, eigentlich wollte ich dir mein Freundschaftsangebot machen. Dass ich dir für 100€ meinen alten PC verkauf. Hä, mein Shield? Aber ich glaub nicht, dass du den haben willst. Weißt du das? Wie ist der gut? Ja, schon. Also du kannst alles... Er ist auf jeden Fall besser als deiner. Also ursprünglich hat der mal 700 gekostet. Was hat... Also jetzt mittlerweile kostet der so vielleicht 500 neu. Aber ich würde den dir für 100 verkaufen. Was hat der so innen drin? Also das, was ich jetzt so... Also der hat ein Intel Core i5. Okay. Ja, das... Ähm, ne ältere GTX, da kann ich dir aber gern die auch austauschen. Also du kannst gern von mir ne neuere kriegen. Da musst du aber vielleicht ein bisschen drauf zahlen. Weil ich muss halt... Ne, dann wird der zu teuer für dich. Wenn ich dir eine neue... Kart-Einbau. Ne, ich... Es gibt jetzt E9. E9 ist das. Ja, ey. Ja, ist er, ich meine nur. Der kostet 500 Euro. Ja, ich meine nur. Also der ist so teuer. Ah. Du-du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du.